Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Belohns Tower Defense Nummer 6. Wir gehen heute rein in den... Oh, in drei Tagen ist der vierter siebte. Ich glaube, das ist der Unabhängigkeitstag in... America! Oh, yeah! Deswegen gehen wir mal hier... Was machen wir dann? Was machen wir dann? Hier, guck mal an. Kiek mal an. Da können wir doch Dinge machen, die ich noch nicht habe. Okay, wir gehen rein und... Nehmen uns der Herausforderung an und es gibt 22. Licht geht in die Helle? Nein? Nee, hat keinen Bock. Okay, dann lassen wir das so. So, woher fangen wir an? Easy peasy, lemon squeezy. Lass uns mal mit dem Kollegen hier anfangen. Ich glaube, das habe ich... Bin ich schon mal mit dem angefangen? Ich habe keine Ahnung. 420. Ha, lol. Komm, wir gehen noch mit dem Gratis-Affen. Kostet halt nichts, ne? Wenn es nichts kostet, ist gut solche, meh. So, wie, 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 wie ist der Plan? Hat jemand einen Plan? Straight rein. Ich glaube, wir gehen einfach... Wir gehen mies, mies auf. Oh, mies auf money, wollte ich sagen. Gott, ich habe schon wieder Wortfunknusschwierigkeiten. Vielleicht soll ich weniger Kaffee trinken. Aber erst, wenn die Sonne dunkel ist. Haha. Denn ich liebe Kaffee. Ich definiere mich aus Kaffee. Ich definiere mich durch Kaffee. Ach, ist auch egal. So, so. Dann lass uns mal hier... Ne? Ja. Gut. Gut. Oh, was tun wir als nächstes? Eichenherz? Ne. Was braucht... Wie, wie, wie kostet es denn danach? 1135. Dann mache ich doch erstmal das. Dann warten wir noch auf die 1135. Ja, moin. Ich brauche eine neue Maus. Ich will... Ich... So eine drahtlose Maus, ey. Das fuckt mich hier richtig ab. So, so. Kann ich dies weg? Nein. Und das? Nein. Auch nicht. Hm. Ich wollte schon... Ich wollte schon immer mal was ausprobieren. Mal gucken, ob das klappt. Warte mal. Ich mache mal hier ein paar Dinge zur Seite. So. So. Und dann... Arbeiten wir mal ein bisschen mit Tastenquitzel. Weil wir es können. Alrighty. Die Maus zur Seite. Der Controller hier oben drauf. Mann, ist das ein Giraffel hier. So. Oh. Pin uns ein. Oh, da unten. Schreie nicht rum. Oh, nein. Äh, deh, deh. Ich bin auch einfach ein Held. Hallo. Gut. Hat niemand gesehen Gut, wir machen jetzt nochmal auf 2900 Und dann, ähm Ich glaube dann den Dart-Affen-File-Dude Äh, den, äh Der wird als erstes hochgebracht Fertig Gut 2100 Vielleicht bauen wir auch noch weiter da Kann mich gerade nicht so richtig entscheiden Und dann Oh, der passt echt jetzt. Oh, oh. Easy. Das war gar nicht knapp. Du bist knapp. Wir machen einfach weiter. Wir lassen uns nicht beirren. I need more money. Und fertig. Dann warten wir auf die 23K. Nee, wir machen noch den. Wir könnten aber wohl noch, äh, vielleicht den hier irgendwie. Oh. Dann machen wir das anders. Dann nehmen wir einen U-Beut. Nach und so. Und dann gehen wir da drauf. Irgendwie, ach, deswegen kriege ich schon Kopfschmerzen, weil der Pinocchio hier so runtergedrückt wird vom Kopf heran. Ist ja gar kein Headset. Hum. Oh. Ja. 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 So, so, so. Passt da wohl noch einer hin? Nee. Egal. 1100. Mhm. Warte ich jetzt noch 50, 5, 15k oder? Das sind nur noch 9, ne? Das sind noch 10, ne? Hm. Stimmt, ist ja Hard Mode. Gut. Dann mach ich mal den. Und dann schießt das gleich hier sowieso wieder nach oben. Dann machen wir noch den. I don't know. So, das machen wir auch noch. Knappe Sache. Warte mal, das Ding hat 14 und das 10? Habe ich den hier zuerst gebaut? Ne, den hier, ne? Na, ist ja auch egal. Hm. Wir warten mal auf die 22k. Wie sieht es bei dir aus? Gut. Das ist eine entspannte Runde, würde ich behaupten. Das ist eine entspannte Runde, würde ich behaupten. So, machen wir den nochmal. Ne, wir warten noch, bis wir den hier fertig haben. So, dann warten wir hier drauf. Jojojo. 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 Jojojojo. Jojojojo. Jojojo. Jojojojo. Jojojojo. ninja kiwi family legion tut was ist das es kostet geld habe ich nicht gut was haben wir sonst noch hier genau das war die hallo geschichte story und so begib dich auf reise nach taui vielleicht sollte ich das mal angehen und herausforderung wir noch viel gegen einen jacht schützt die jacht das machen wir als ne warte mal siege zahndrad mit weniger stufen als galaxie ist das alles who the fuck ist galaxie naja egal gut ich würde mal sagen danke fürs zuschauen wir sehen uns beim nächsten mal wieder wenn es wieder heißt blooms tower defense 6 bis dahin habt eine schöne zeit gehabt euch wohl und schau schau